Nächsten Freitag ist es wieder soweit. Was ist es? Klar, Comedy Couch. Und zwar wieder eine Trick Couch Magic Special um 19 Uhr. Wie immer aus dem Gloria Kulturpalast. Und wir haben diesmal mit dabei Daniel Bornhäuser. Wir haben den Karl-Heinz Dünnbier und Tobi Rudolf für euch hier im Haus. Und was wir noch haben, das geilste Publikum, was man sich vorstellen kann. Die sind nämlich alle live mit dabei. Das sind sie. Eins halten, 19 Uhr, Freitag. Comedy-Couch.de Wir sehen uns. Guten Morgen. Freitag, 19 Uhr. Comedy Couch mit Ted Lewis.